Hallo, willkommen bei eMobli und dem monatlichen Ladekartenkompass. Wir haben uns entschieden, wieder ein Video zu produzieren und versuchen das auch jeden Monat zu tun. Vielen Dank für eure zahlreichen Rückmeldungen per Twitter, per E-Mail, per was auch immer, per Facebook. Das Interesse am Ladekartenkompass ist gewaltig. Toll, vielen Dank für eure Feedbacks. Schade eigentlich, dass es überhaupt die Notwendigkeit gibt für so ein Tool, aber wenn wir auf den Markt gucken des öffentlichen Ladens, dann sind wir relativ sicher, dass wir auch die nächsten Monate, wenn nicht Jahre, diesen Kompass brauchen werden. Gucken wir doch einmal rein. Es hat sich nämlich einiges geändert jetzt zum Stichtag 1. August. Die größte Änderung ist sicherlich die Maingau Energie. Das Produkt Einfach Strom laden hat dort nämlich eine Preiserhöhung erfahren. Bislang, bis gestern, am 31. Juli, waren es 25 Cent pro Kilowattstunde. Es bleibt der Einheitspreis, aber er steigt nun um 10 Cent auf 35 Cent pro Kilowattstunde. Die schlechte Nachricht ist diese Preissteigerung. Die gute Nachricht ist für alle Maingau-Nutzer, es bleibt die günstigste Karte bei allen DC, also Schnellladestationen. Egal ob bei Lego, Fastnet, Ionity, Energie Baden-Württemberg, Energy oder im Ladenetz, bei DC-Stationen fahrt ihr trotz Preiserhöhung weiterhin am günstigsten mit der Maingau-Karte. Eine Veränderung gibt es bei den AC-Ladestationen, also Wechselstrom bis 22 Kilowatt. Dort hat die Telekom mit ihrem Angebot Get Charge wieder die Preisführerschaft übernommen. Zumindest bei Allegro, Fastnet und Energy ladet ihr ab jetzt dort mit 29 Cent pro Kilowattstunde günstiger als bei der Maingau. Kleine Erinnerungen gab es noch bei Newmotion und PlugSurfing, die aber nicht wirklich weiter ins Gewicht gehen. Wir hoffen, dass euch dieser kurze Überblick hilft. Wie immer, alle ausführlichen Informationen rund ums Thema Ladetarife findet ihr immer auf www.immobly.com. Einmal im Monat aktualisieren wir den Ladekarten-Kompass. Jetzt gebt ihn im Hochformat für euer Smartphone oder im Querformat für Tablet oder Notebook oder Desktops. Nehmt am besten immer die Datei mit, damit ihr den aktuellen Preis-Oberblick habt. Allzeit gute Fahrt!